Ja, hallo, da bin ich auch wieder zum nächsten Let's Play. Wir werden uns jetzt hier rächen, indem wir eines ihrer Planeten einnehmen. Aber zuerst verteidigen wir Tatooine. Jetzt werden wir Tatooine von uns schützen müssen. Okay, ich spiel jetzt mal als Klontechniker. Aber bedauere auch zutiefst den Verlust, den wir gemacht haben. Scheiß, Java. Ah fuck, das war ein Gegner. Fuck. Ich hab die irgendwie für Droiden... Also... Ah fuck. Naja. Die Verteidigung Tatooines beginnt. Gegen die Wächter. Ha. Eine Mine haben wir hier platziert. Nur noch mal ein paar Troiden da reinlaufen würden. Man hat nie genügend Zeit, die abzubauern, diese scheiß Gruinen. Der legt hier fleißig Minen hin. Ich will ihre Basis einnehmen. Und das geht natürlich nur, wenn ich hier eine Mine hinlege und die rauslocke. Und das hat nicht so ganz geklappt, wie ich es dachte. Hier in den Eingang einfach eine Mine rein. Die Mille ist ja immer noch dort. Ja, wusste ich's doch. Hä, wo bin ich jetzt hier? Ach da. Guck mal, ich bin auch nicht mal hier drüber. Und dann machen die Droiden schon wieder einen Wirbel. Ach, die haben da oben so ein Geschütz eingenommen. Geronimo! Da liegen noch ein paar Troidenbeine. Ich hab mich Karl selbst ausgeschaltet. Durch diese verdammte Mine. Was ist so ein Kommando posten? Tatooine ist so verstrickt. Nach der Kommando posten. Jetzt rennt der mir noch ins Feuer rein. Ich liebe diese Waffe. Jetzt muss er nachladen. Gnadenlos. Ausgeschaltet. Komm raus, komm raus. Du bist ja heute Droide. Na komm, versuch doch. Versuch's doch. Ich hasse Droiden. Aus Tees der Seele. Was ist das? Das ist Gesundheits- und Munitionspakt. Ja. Also. Sop. wie sagt ihr das jetzt habe ich mich selber ausgeschaltet aber die haben überlebt oder was ist das für eine mine ach das ist ja noch von uns also diese separatisten werden wirklich immer stärker es gibt es doch nicht ich habe mich schalte mich immer selber aus ich krieg so die mine zündet die und dann sterb ich es macht doch keinen sinn die droiden sollten eigentlich an seiner mine abbrechen und nicht ich mal sehen ob er herkommt komm schon du verdammter arsch das ist einer von uns jetzt langsam reicht mir also ich mache schluss mit dem techniker ich bin doch mit diesem arsch ich nehme meine bevorzugten soldaten hier da fühle ich mich doch ein bisschen besser ja das kann jetzt gut für die freiheit der republik tue ich vieles auch nicht alles das war jetzt mal geile alle ausgeschaltet das nenne ich jetzt mal richtig ein kämpfergeist jetzt hat ich richtig bock die zu killen und das hat was gebracht auch wenn tätowin wahrscheinlich dennoch verloren ist noch fragt es für wie lange wir verlieren hier jeden planeten und ich kann mir nicht erklären wieso sind die separatisten einfach besser als wir wir haben nur noch drei einheiten wir laufen dann noch feinde rum also ich sag's ja bloß jetzt verlieren wir auch noch tätowin nabu kamino tätowin das kann doch nicht wahr sein wir müssen uns weitere planeten zu verlieren das kann ich kaufe noch mal den angriff auf maikito angriff auf maikito angriff auf maikito mit ihrem magmawächtern sind sie uns wirklich überlegen das sieht nicht gut aus aber wie dieser angriff auf maikito aussieht werden wir erst im nächsten let's play erfahren so so